Ich laufe Ultramarathon, das sind alle Strecken über 42 Kilometer und am liebsten laufe ich die unter extremen Bedingungen, also Hitze oder jetzt bald im Dschungel. Ja, ganz wichtig natürlich einen medizinischen Partner an der Seite zu haben, ganz klar. Also zunächst muss ich natürlich sicher gehen, dass ich mich nicht nur gut fühle, sondern natürlich, dass auch alles ausgeschlossen ist, was eben ich vielleicht so jetzt nicht direkt fühlen kann. Gerade das Herz-Kreislauf-System wird natürlich bei einem Ausdauersportler extrem beansprucht und daher ist es wichtig, dass das einwandfrei funktioniert und dort auch regelmäßige Checks durchgeführt werden. Ja, auch im orthopädischen Bereich ist es natürlich wichtig, frühzeitig gewisse Dinge, die vielleicht gerade nicht funktionieren, auch im Rahmen eines langen Trainingsprogramms zu erkennen und dort entsprechend gegenzusteuern. Von daher ist es auch da wichtig, beraten zu werden und immer wieder auch geprüft zu werden, ob alles funktioniert, damit man sich eben auch nicht Entzündungen reinläuft, die einen dann im Training oder in den Rennen behindert. Ich bin gespannt, wie meine Zellen aussehen. Ich kümmere mich relativ intensiv darum, die vermeintlich richtigen Produkte zu mir zu nehmen und Sachen, die dem Körper nicht gut tun, natürlich wegzulassen und die zu meiden. Das erhoffe ich mir dann ganz einfach auch mal über so einen Check zu sehen, dass man da wirklich auch mit den nackten Tatsachen konfrontiert wird, was ich richtig oder was ich falsch mache. Als Sportler will man natürlich immer weiterkommen und sich verbessern. Deswegen ist ein Austausch mit Ärzten im medizinischen Bereich natürlich total toll und wichtig, um sich weiterhin zu verbessern und deswegen freue ich mich mit der MediClean in die Zukunft zu laufen. Bereich natürlich auch bei der MediClean in die Zukunft zu laufen. Bereich natürlich auch bei der MediClean in die Zukunft zu laufen. Vielen Dank.